Es ist dem Feind gelungen, die Front in breiter Formation zu durchbrechen. Im Süden hat der Gegner Zossen genommen und stößt auf Starnsdorf vor. Der Feind operiert jetzt am nördlichen Stadtrand zwischen Fronau und Pankow und im Osten ist der Feind bis zur Linie Lichtenberg-Marsdorf-Karlshorst gelangt. Mit dem Angriff Steiners wird das alles in Ordnung kommen. Das war ein Befehl! Der Angriff Steiners war ein Befehl! 2.000 Jahre später Eine große Verhandlung. Wir fehlen euch! Wir fehlen euch! Ein ausgerechnet Himmler! 6 Hours später Das ist der schwindeste Verrat! Das war ein Befehl! Wir können den Gruppenführer Fegelein nirgendwo finden. Er ist nicht in der Bunkeranlage. Was soll das heißen? Sie können Fegelein nicht finden! Gezogen Sie ihn! Ich will Fegelein sehen! Sofort! Wenn er sich ohne Befehl entfernt hat, ist das Fahnenflucht! Verrat! Bringen Sie mir Fegelein! 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 Fegelein!